Alter, ich bin mit Ike jetzt auf zwei Mille. Alter. Alter. Was passiert? Ich rock grad mit Ike die Bude. Es ist einfach eine ganz große Portion Doria. That's a big Doria right there. Oh shit, it's Ganon Dwarf. Und es ist Tollgei. Side B. Ab B. Okay. Nice. Da. Okay, mein Abi wollte überhaupt nicht. Nice. Jetzt kommt der Ganndorf. Jetzt ist Ganndorf Zeit. Ja, ich sterb ja. Das wird der leichteste Feestock überhaupt. Alter, Leute wissen nicht mehr, wie... Boah, Alter. Oh Gott. Ich drücke ab, B. What the fuck? Ja, Gott. Dude, Feestock hätte ich denn nicht, Junge. Ja, Alter. Oh no, dude. Du ist fucked. Das ist der größte Doria I ever Doria hat. Okay, unmute mich mal kurz. Darf ich mal ganz kurz sagen, dass es richtig geil war, wie du es direkt geturnt hast? Like, holy shit. Oh my god, I just came. Alter. Ich dachte echt, du verlierst das noch. Ohne Scheiß. Ich habe auch gedacht, das wird das easyste Free Stock für den Typen überhaupt. Aber ich... Donia, Donia, Donia. Kriegt er noch einen. Next Keule, boom. Oh, wow. Ist das gerade echt passiert? Oh, das... The Reeds. The Reeds are on fire. Alter, Shadow für ESC. Eurovision Song Contest? Nein! Das war die蛋. Алler, sagge. beden Tibetanät. Das war dieahe. Das war die Kaus göbs. Das war die Hauses do. Das war die Gasol. Vielen Dank.